Ich möchte Ihnen gerne einen besonderen Armaturentyp zeigen, den wir auf der ISH heute ausstellen. Und zwar sind das Armaturen für den Krankenhaus- und Pflegebereich. Wir haben hier die Besonderheit, dass wir die Ausläufe der Armaturen, wo sich die meiste Verkeimung bildet, herausnehmen können zum Desinfizieren. Einmal als Messingauslauf wechselbar, einmal als Einwegauslauf wegwerfbar und einmal als Besonderheit mit einem integrierten Filter zum Herausfiltern jeglicher Keime aus dem Trinkwasser. Weiterhin ist es noch möglich, die Armatur komplett zu entnehmen vom Sockel und den gesamten Armaturenkörper in einer Desinfektionslösung zu desinfizieren. Wir können somit sagen, dass wir mit diesem Armaturensortiment ein Experte auf dem Markt sind. Wir bieten vom Standardmäßigen einen Hebelmischer über eine thermostatgesteuerte Armatur oder eine Eingriffsicherheitsarmatur die gesamte Bandbreite, die für diesen Bereich benötigt wird.